Ja, ja. Nie beendet. Nie beendet. Sau Bär. Einmal weil der Vogel mit dem draufgefahren ist. Nee, Quatsch, nee, Quatsch. Weil der Vogel mir ist gerade immer gewesen. Da kamen die aus dem Arsch und sind hängen geblieben. Bin ich hinten draufgefahren wegen dem Saftsack. Den Saftsack. Saftsack. Ja, Saftsack. Ja, hab ich gerade wieder angemacht. Ich hab jetzt mal die Bitrate erhöht. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser ist. Ich hab die Bitrate jetzt mal auf 7, glaube ich, hab ich die jetzt gestellt. Müsste jetzt, glaube ich, ein bisschen besser sein. Naja, Hauptsache nicht letzter. Oh. Yeah, ich bin Zweiter. Uh. Hm. Was habt ihr denn den Namen? Oh, ich kann nicht mehr aussuchen. Waldlauf heißt das. Kann aber sein, dass die Leitung uns ein bisschen spinnt. Was die Quali angeht. Na, ich guck mal über Tablet. Über Tablet? Über Tablette? Hm. Okay. Tabletten, 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 Tabletten. Tabletten, Tabletten. Tabletten, Tabletten. Tabletten, Tabletten. Tabletten. So. Ja. Der Dragon ist da. Den hab ich von rausgehauen. Der ist bestimmt immer noch stinkig auf mich. Weil ich den rausgehauen hab. Ja. Oh Gott, was nehm ich denn da? Oh Gott. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass es die schlechteste Wahl ist. Aber ich nehm's trotzdem mal. Weil ich's einfach cool finde. Kann ich das in weiß nehmen? Ich trage einen Blazer. Lalala. Tabletten. 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 Äh? Was hab ich denn da geschrieben? Alles grün wieder bei mir. Alles grün? Alles im Lack. So. Bei mir lebt das jetzt die ganze Zeit. Vorhin hat das gar nicht mehr gemacht. Okay. Vielleicht mal nochmal aktualisieren. Tablet. Schwankt. Quali. Ja. Alter. Okay. Ansonsten schäle ich jetzt gleich wieder runter. Auf 6 Mbit. Das war noch von vorhin, du Drecksack. So. Alter. Fahr gegen den Stein da. Du Drecksau. Oh, warte ab. Oh Scheiße. Wetter da gegen die Brücke. Oh Gott. Ach so ne schlechte Wahl fand ich das gar nicht mit dem Code. Muss ich sagen. Das ist doch so unhandlich. Was? Er ist dagegen gefahren und fährt trotzdem weiter. Was? Alter komm. Das gilt nicht. Doch bei mir ja. Echt? Echt? Bei mir nicht. Nein. Oh doch noch nicht. Pfff. Geil. Scheiß Baumstimme ey. Schrecklich ne. Ich starte die App nochmal neu und fertig. Ja wie gesagt. Ansonsten wie gesagt. Stelle ich gleich nochmal. Uah. Starte ich gleich nochmal neu und stelle wieder auf 6 Mbit. Weil bringt da trotzdem. Uah. Entschuldigung. Trotzdem irgendwie nix. Weil irgendwie ist die Quali trotzdem mies. Ich müsste ja gleich mal gucken. Was mein intern sagt ey. Ich hab da so ein bisschen das Gefühl. Dass die Leitung irgendwie heute rumspackt. Yeah. Juppi. Oh Gott. Was sind das denn hier für... Nein. Ernsthaft? Oh Gott. Was ist das denn? Wieso bewegen die sich? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Du steigst an Maggi. Maggi ist leeeeeekka. Uah nein. Tschüss. Scheiße. Fuck. Oh scheiße nein. Geil. Nichts passiert. Ich frag mich wieso die keinen Helm aufhaben. Safety first ist hier wohl nicht anscheinend. Ne. Uah. Was. 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 Wieso. Wieso neben dem Zug. Hä. Musst auf den Zug fahren. Ja toll. Ja toll. Die Idee kam mir jetzt. Uah. Ja hab ich gemerkt. Die Idee kam mir gerade auch. Wenn ich. Uah. Die Idee kam mir gerade auch. Wie ich da ausgebremst worden bin. Wo geht's denn hier lang. Uah. Durch Sägewerk. Hui. Oh Gott. Das ist mir viel zu schnell. Das kann nicht gut gehen. Das kann überhaupt nicht gut. Ja. Das kann überhaupt nicht gut gehen. Sag ich doch. Wow. What the fuuuuck. Aua. What the fuuuuck. What the fuuuuck. What the fuuuuck. Ähm. Es ist gerade. Über Tablete in Stream Pixel 3. Okay. What the fuuuuck. Oh. Was war es denn von Sch... Ich bin gerade bei dem großen Sprung gewesen. Ich bin hier gerade so ein bisschen am rumtrellern. Aaaaah. Pfff. Aaaaah. Pfff. Aaaaah. Pfff. Pfff. Aaaaah. Oh Gott. Planen wir uns mal jetzt auf dem ersten Platz. Schön. Oh Gott. Drei Runden. Dann niemals nicht werde ich das schaffen. Ja. Hui. Ich fühl mich so alleine. Pfff. Nein. Ah. Ah. Pfff. Ah. Ah. Uah. Die Leute müssen auch denken. Ja. Vor allem eine Pfanne. Aber ja. Das haben wir. Ja. Und ihr guckt uns dabei zu. So. Ja. Pff. 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 Du kannst eigentlich mit dem Quad nicht überschlagen. Uah. Oh Gott. Was mach ich denn hier? Hilfe. Ja und der kann. Einfach so weiter fahren. So. Ein. Eigentlich brauche ich hier nur gerade ausfahren. Oder eigentlich? Uah. Wenn die Dinger sich nie bewegen würden. Mich würde mal interessieren, ob er die schneller einstellen kann. Hm. Ich weiß es nicht. Hey. Glückwunsch. Du. 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 Oh. Es wäre ja funktionieren können. Ich wäre ja. Hm. Es wäre eine Fahrradkette. Ja. Ei, 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 oder ist das Also ich bin letzter Ne, der Dragon ist das Der mit uns in der Lobby ist Ja, wie er Weißt du, wie er damit angibt Ich bin erster Wie er es uns unter der Nase Wie er es unter der Nase reiben will Ich bin erster Schön für dich Ich bin der Typ, der dachte, der hat schon gewonnen und hat vergessen, dass es drei Runden sind Ich muss mal das Radio hier ausmachen Sascha, wenn du den Klick hast, kannst du dir noch einen holen, den Typen Wieso? Weil der stehen geblieben ist, ich hab ihn überholt, das bin ich zu Hause Ja, ich bin eh dritter, weil der hätte, glaube ich, die Lobby verlassen Was? Der hat die Lobby verlassen Wenn du ein Digi-Pad nach unten drückst, digitales Steuerkreuz, siehst du, dass oben links nur die drei sind Toll, noch eine Runde Kann man ja gemütlich fahren Dann brauch ich ja gar nicht ein Ziel fahren, oder? Weil ich kriege euch eh nicht mehr ein Vielleicht sollte man echt mal so ein Rennen erstellen mit Rasenmähern Oder so eine Acht einfach nur fahren Mit massig Autos Das wäre bestimmt lustig Wie ich Motorrad fahren und Quad fahren einfach nur hasse bei GTA, ich hasse es Ich hasse es Das fahre ich lieber jetzt wie Muscle Cars Mit dem Motorrad kommst du hier bei diesem komischen Stockzeichen ganz schnell rum Ganz schnell vorbei Ja Ich finde die Steuerung immer so sehr direkt bei den Motorrad- und Quaddingern immer so Ja, bei dem Quad ist es echt extrem, finde ich Da lenkst du einmal nach links, ey, dann fährt der sofort irgendwie, keine Ahnung, zwei Straßen weiter Richtig Uah Ui Mythenwolf, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show, Hallöchen So, dann gucken wir mal Es kann natürlich auch sein, dass es nur bei mir so pixelig ist Bei mir ist es ja auch pixelig Echt? Achso, okay Ja Ich stelle das, glaube ich, gleich nochmal runter auf 6 Mbit Weil wenn es auf 7 nichts bringt, dann liegt es wahrscheinlich an einer Leitung gerade Vielleicht mache ich gleich nochmal eben kurz einen Test Mal zu gucken, wie viel ich gerade an Upload habe Normalerweise müssen es 10 sein, aber naja GTA brauche ich auch noch ein bisschen Upload Wer knistert denn da schon? Ich mache meinen Bonbon auf Ist da schon wieder einer im Ziel und Ja, du bist im Ziel, ne? Ja Ja, ich mache meinen Bonbon auf Angeber Ja, Consumer, du machst hier die Dose auf, ich weiß Ja, ja Könnt mich mal Ich werde es, glaube ich, nicht ins Ziel schaffen Ja, ne? Guck, was ich kann Oh Guck, das sieht aus wie so, kennst du noch von früher die Lego-Straßen? Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Lego-Straße hier So Oh, 11.210 M ông hat Dann Ja, ich gehe mit dem ảo